Die Gerüchte, Küche, Brot, liebe MotoGP-Freaks, welche dieser teils wilden Spekulationen ihr da glauben könnt und welche besser nicht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Das heißeste und auf den ersten Blick auch vielleicht kurioseste Gerücht dreht sich um Marc Marquez. Der hat ja noch bis Ende 2024 einen Vertrag bei Honda. Es ist aber kein Geheimnis, dass er mit der Situation bei Honda alles andere als zufrieden ist, kritisiert den Hersteller mittlerweile öffentlich auch relativ deutlich und hat Honda im vergangenen Jahr auch klargemacht, wenn sie ihr Projekt nicht auf die Reihe bekommen, dann ist er auch bereit seinen eigenen Weg zu gehen mit einem anderen Hersteller. Aus Spanien kommend machen jetzt Gerüchte die Runde, dass dieser Vertrag zwischen Marc Marquez und Honda, der eben bis Ende 2024 läuft, schon vorzeitig aufgelöst werden könnte und dass Marc Marquez ein Thema bei KTM ist. Der Gedanke dahinter, Marc Marquez hatte seinen persönlichen Sponsor mit Red Bull und Red Bull ist natürlich auch Titelsponsor bei KTM, somit würde eben diese Zusammenarbeit gut passen und der neue Manager von Marc Marquez, im Vorjahr hat er sich ja von Emilio Alzamora getrennt und der neue Mann, das ist Jaime Martinez, der kommt auch aus dem Red Bull Lager, also gibt es da natürlich eine gewisse Verbindung. Die ganze Sache hat nur einen Haken, im KTM Werksteam gibt es Brad Binder und Jack Meder, die haben Verträge bis Ende 2024 und auch im Gaskas Team möchte man am liebsten Bolles Bargaro und Augusto Fernandes halten, also ist da schlicht und ergreifend kein Platz für Marc Marquez im KTM Lager. Es sei denn, das ist die einzige Möglichkeit, die es eigentlich wirklich bietet, ist, Marc Marquez könnte man in einem möglicherweise dritten Team unterbringen. Die Pira Mobility Group, wo KTM und wo auch Gaskas dazugehören, hat ja noch andere Marken im Angebot, zum Beispiel Husqvarna, da hat man ja bereits Teams in der Moto2 und in der Moto3, das wäre natürlich eine Möglichkeit, diese Marke auch in der MotoGP an den Start zu bringen. Dabei müsste man sich aber mit einem bestehenden Team zusammentun, denn das MotoGP-Feld ist von Promoter Dorner auf 24 Maschinen gedeckelt, 22 sind es aktuell und diese zwei verbleibenden Plätze, die will man für einen wirklichen neuen Hersteller bereithalten, also nicht einfach nur für eine neue Marke, die man dann möglicherweise an den Start bringt, somit müsste sich eben ein Husqvarna Team quasi mit einem bestehenden Team zusammentun, beziehungsweise dieses bestehende Team übernehmen. Schauen wir uns kurz an, welche Möglichkeiten es da gibt und da kommen relativ schnell drauf, es gibt eigentlich nur eine, die heißt Cressini Racing, da läuft der Vertrag mit Ende 2023 aus, alle anderen Privatteams haben noch gültige Verträge bis Ende 2024, Bramag und VR46 mit Ducati, LCR mit Honda und RNF mit Aprilia, also somit müsste sich da Husqvarna mit Cressini zusammentun, um da eben ein mögliches neues Team an den Start zu bringen. Die Frage, die sich natürlich stellt ist, ob das Ganze für Cressini interessant ist. Von Ducati erhält man aktuell Vorjahresmaschinen, KTM könnte vielleicht aktuelles Material liefern, aber das ist auch alles andere als sicher, denn das würde dann mit dem KTM Werksteam, mit Gaskas und mit einem möglichen Husqvarna Team sechs aktuelle Maschinen bedeuten und das ist etwas, was wir so in der modernen MotoGP noch nie gesehen haben, das bedeutet einen extremen Aufwand für einen Hersteller. Das Maximum, was wir da an aktuellen Maschinen von einem Hersteller gesehen haben, waren im Vorjahr fünf Ducatis in der aktuellen Spezifikation, also ob das dann wirklich ein Vorteil für Cressini, ein Zugewinn an Leistung ist, also natürlich auch fraglich. Wir müssen uns auch noch kurz anschauen, wo diese Gerüchte herkommen. Im Publikum gemacht wurde das Ganze in einem Podcast von Oskar Aro. Der war lange Jahre bei LCR Honda Sportdirektor für den sportlichen Bereich verantwortlich, kennt die MotoGP also wirklich sehr gut, pflegt natürlich auch hervorragende Kontakte ins Honda-Lager. Man muss aber sagen, seit er sich 2021 aus der MotoGP zurückgezogen hat, ist er in eine etwas eigenartige Richtung abgedriftet, postet er immer mal wieder die wildesten Verschwörungstheorien auf seinen Social Media kneten, also ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das Ganze. Deshalb meiner Meinung nach relativ haltlose Spekulationen aktuell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren soll, vor allem auch, weil Konzernboss Stefan Bierer, also der Chef der Pira Mobility AG, in der Vergangenheit schon gesagt hat, mit einem Marc Marquez auf einem unserer Motorräder können wir nicht wirklich was gewinnen für unsere Marke, denn wenn es erfolgreich ist, dann heißt es, Marc Marquez hat gewonnen und wenn es schief geht, dann heißt es, die KTM oder Gaskas oder Husqvarna oder wie sie noch immer heißt, ist nicht gut genug, also sehe aktuell keine Chance, dass das zumindest für 2024 klappen wird. Ein Name, der in dieser ganzen Diskussion auch immer wieder auftaucht, ist Pedro Acosta. Der hat einen gültigen Vertrag mit KTM bis Ende 2024. KTM kann dabei aber entscheiden, in welcher Klasse man Pedro Acosta unterbringt. Aktuell ist er in der Moto2 und es deutet vieles darauf hin, dass er auch 2024 in der Moto2 bleiben wird, bleiben muss, vielleicht sogar, denn, wie bereits angesprochen, wenn es bei vier Motorrädern in der Königsklasse bleibt und man Brad Binder, Jack Miller, Boris Bagro und Augusto Fernandes halten will, dann ist da eben schlicht und ergreifend kein Platz frei. Man läuft da natürlich Gefahr, dass ein anderer Hersteller da dazwischen grätschen, sich vielleicht Pedro Acosta krallt. Man muss aber auch dazusagen, Pedro Acosta ist sehr verbunden, er weiß, wie viel der KTM zu verdanken hat. Der österreichische Hersteller hat ihn zu dem gemacht, was aktuell ist, also ist die Moto2 im KTM Team 2024 für ihn die wahrscheinlichste Option, würde ich mal sagen. Pedro Acosta feiert diese Tage auch erst seinen 19. Geburtstag, da gibt es also auch noch nicht wirklich eine Eile für einen Aufstieg in die MotoGP. Du willst die MotoGP mal direkt als VIP an der Rennstrecke erleben, dann hast du jetzt die große Chance, das zu schaffen. Wir verlosen zusammen mit unserem Partner die Soho ein Paket der Extraklasse, zweimal VIP-Tickets für den Sachsenring, eine Hotelübernachtung, ein Meet & Greet mit den Intec GP-Fahrern und eine ganz besondere Überraschung wartet vor Ort auch noch auf dich. Also, wenn du darauf Lust hast, unbedingt mitmachen. Alle Infos dazu gibt's in der Videobeschreibung. Während Pedro Acosta bei KTM also gewissermaßen in der Warteschleife hängt, hat sein Moto2-WM-Rivale Tony Abolino anscheinend schon sehr gute Chancen. 2024 den Aufstieg in die MotoGP zu schaffen. Er soll bei Cressini Racing ganz oben auf der Wunschliste stehen und wenn Cressini mit Ducati verlängert, dann macht das natürlich auch absolut Sinn. Italienischer Fahrer, italienisches Team, italienischer Hersteller und mit Carlo Bernard verfügt Tony Abolino über einen Manager, der auch sehr gute Kontakte ins Ducati-Lager pflegt. Also, das ist sehr wahrscheinlich. Platz machen müsste in diesem Fall aller Voraussicht nach Fabio Di Gian Antonio, der kommt auch in seiner zweiten MotoGP-Saison nicht wirklich auf Touren. Klar, schwächster Ducati-Fahrer und für den läuft die Zeit da wohl ab. Insgesamt zehn Werksplätze gibt es in der MotoGP 2024, von denen ist aber nur einer vertrage ich noch nicht vergeben und das ist der zweite neben Fabio Quadraro im Yamaha-Lager. Auf dem Motorrad sitzt aktuell Franco Morbidelli, der hat aber auch in der Saison 2023 bisher noch nicht viel getan, um eine Verlängerung dieses Vertrags zu rechtfertigen. Spätestens bis zur Sommerpause muss da viel mehr kommen, sonst ist die Zeit für Morbidelli bei Yamaha abgelaufen und stellt sich die große Frage, wen könnte Yamaha da als Nachfolger draufsetzen? Wenn wir davon ausgehen, dass Yamaha auch 2024 nur das Werksteam haben wird, kein Kundenteam, also nur zwei Motorräder, das ist das wahrscheinlichste Szenario, dann macht es eigentlich nur Sinn, einen arrivierten MotoGP-Piloten da draufzusetzen, der auch wirklich sofort gutes Feedback geben kann, Daten liefern kann. Ein Rookie oder ein Quereinsteiger ergibt da eigentlich keinen Sinn, somit können wir wohl auch einen Wechsel von Topo Grasca-Tliolo aus der Superbike-WM hinüber in die MotoGV zum Yamaha-Werksteam einmal als unwahrscheinlich betrachten. Wer kommt denn wirklich in Frage? Jorge Martin ist ein Name, der immer wieder genannt wird. Der ist ja nach wie vor sauer auf Ducati, weil er nicht den Werksplatz bekommen hat, sondern Enea Bastianini. Ein Wechsel von Martin von Ducati rüber zu Yamaha lässt sich aber wohl auch nur aus einem persönlichen Stolz oder vielleicht aus finanziellen Gründen erklären, denn rein sportlich betrachtet ist ein Wechsel von einer Ducati-Infactory-Spezifikation, die er bei Bramacier fährt, hinüber zu aktuell alles andere als konkurrenzfähigen Yamaha. Definitiv ein Abstieg. Eine weitere Variante, die man im Paddock immer wieder hört, ist ein Platztausch zwischen Franco Morbidelli und Marco Bezzecki. Es sind ja beides Fahrer der VR46 Academy. Für Franco Morbidelli wäre es natürlich eine super Möglichkeit, über das VR46 Team dann in der MotoGP zu bleiben. Für Marco Bezzecki auf der anderen Seite gilt aber das gleiche, was für Jorge Martin gilt, von Ducati rüber zu Yamaha. Ist sportlich aktuell alles andere als interessant, wobei man da sagen muss natürlich, Marco Bezzecki bei VR46 auf Vorjahresmaterial, Martin auf aktuellem Material, also da gibt es schon einen kleinen Unterschied, aber Marco Bezzecki zeigt ja aktuell, was auch mit dem Vorjahresmotorrad da alles möglich ist. Also stellt sich auch hier die Frage, ob ein derartiger Transfer für Marco Bezzecki wirklich interessant wäre. Für Franco Morbidelli wäre es auf jeden Fall eine gute Option. Ja, das war's mit unserer Zusammenfassung der ersten Gerüchte auf dem Transfermarkt für die Saison 2024. Schreibt gerne unten in die Kommentare rein, was ihr für wahrscheinlich haltet, was ihr für unwahrscheinlich haltet, was ihr euch wünschen würdet. Bin sehr gespannt, wie euer ideales Start der Feld 2024 ausschaut. Auf jeden Fall sage ich danke fürs Dabeisein für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen nach oben dalassen, unseren Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt und am besten auch gleich die Glocke läuten, dann gibt es jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn wir hier neue Videos haben. Ist schon die Tage wieder soweit, aber für heute sage ich danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.